Assalamu alaikum, mein Name ist Fabio Musa Torejani. Ich bin geborener Italiener. Ich bin zum Islam gekommen vor fünf Jahren, alhamdulillah. Ich habe damals eine Muslima kennengelernt, eine Türkin, die mir den Weg gezeigt hat zum Islam, indem sie mir Bücher gegeben hat, Suren aufgeschrieben hat, die Bedeutung gezeigt hat. Diese ganze Gemeinschaft bin ich dann zum Islam gekommen. Mein erstes Buch, das ich gelesen hatte, war Sira, weil ich nichts von Muhammad SAW kannte. Und so musste ich dann erstmal den Propheten kennenlernen. Und auch durch die ganzen Wunder im Koran, weil es gibt manche Sachen bei Muhammad SAW, wie bekannt ist, war ja Analphabet. Und dadurch, was im Koran steht, das kann er nicht, wie gesagt, selber erfunden haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Beispiel geben soll. Weil wie zum Beispiel in Surah Al-Rahman steht ja drin mit der Scheidewand zwischen Salz und Süßwasser. Und ich habe mir dann so vorgestellt, es kann ja nicht sein, dass Muhammad SAW rumgegangen ist, und dann mit dem Finger, aha Salz, aha Süß, das kann nicht sein, das muss also von Allah sein. Solche Sachen, oder wie mit dem Kinn, wann das Gesicht kommt, und mehrere Beweise im Koran. Ja, und dann bin ich zum Islam gekommen. Und Alhamdulillah habe noch viele andere Brüder kennengelernt, die hier in Frankfurt zum Islam gekommen sind. Spanier, auch unter anderem andere Italiener. Mein Bruder ist auch Alhamdulillah vor eineinhalb Jahren Muslim geworden. Und inschallah meine ganze Familie, wer wird dazu kommen. Und ja, ähm... Ich frage dich mal was, was kannst du fünf Jahre später sagen über den Islam? Hast du die richtige Entscheidung getroffen? Die richtige Entscheidung? Das war die beste Entscheidung, was ich in meinem Leben machen konnte. Also, wenn man wirklich überlegt, früher, okay, ich war Christ, ich habe auch viel im Christentum, ich musste Kirche gehen, ich habe Kommunion gemacht und alles drum und dran. Aber wenn ich heute denke, ich war vorher schon Muslim, weil ich habe nie Jesus oder so angebetet. Ich habe immer an Allah geglaubt.